Ich bin wieder da, das erste Treffen seit meiner Entlassung, und es war so schön. Wir machen als Familie einen kleinen Roadtrip durch Europa, und gestern haben wir unser erstes kleines privates Haustreffen in Holland gemacht. Es war außergewöhnlich. Das war das erste Mal seit meiner Entlassung, dass ich so unter Menschen war und unser Zeugnis und das, was Gott offenbart hat, mit ihnen teilte. Es war so erstaunlich, alte Freunde wieder zu sehen und auf der anderen Seite zu stehen und mit ihnen zu teilen. Ich erzählte, Lene erzählte, mehrere Leute erzählten, und es war wunderschön. Es hat etwas in mir ausgelöst, dies wieder zu tun, und ich habe gesehen, wie viel Gott im letzten Jahr getan hat, denn es gab so viele neue Dinge, die ich weitergeben konnte, um Menschen aufzubauen und auf die Zukunft vorzubereiten. Es war in vielerlei Hinsicht sehr bewegend, wir hatten danach auch eine gute Zeit des Gebets. Einmal bat mich eine Frau, für sie zu beten, weil sie Probleme mit ihrem Rücken hatte, aber Gott kam auf eine kraftvolle Weise. Gott sprach zu mir, und ich konnte prophetisch in ihr Leben hineinsprechen, und es traf etwas sehr Tiefes in ihrem Leben. Sie fiel hin und erlebte eine tiefe, tiefe Freiheit. Sie wusste, dass Gott sie befreit hatte, und sie freute sich. Gott hat im Leben dieser Frau etwas Tiefgreifendes getan, und ich liebe es. Es ist einfach so schön, wieder hier zu sein. Und heute setzen wir unseren Roatrip durch Europa fort. Wir sind nicht an einem Ort, an dem wir öffentliche Versammlungen abhalten, sondern wir treffen uns einfach mit unserem Team und teilen privat mit, was Gott getan hat. Ich liebe euch alle. Danke für eure Gebete, Torben.